Ja, hallo, schönen Tag. David Walker mein Name. Ich bin Forscher bei der Uranium Research in Österreich, also ich sitze in Wien und forsche hauptsächlich genau an dieser Intersektion, die Leo gerade so gut benannt hat, von Gender, Care und Klima. Also das sind zusammenhängende Krisen, die eben evidenzbasierte Antworten brauchen. Deswegen bin ich in die Forschung gegangen und versuche eben die Perspektive heute hier einzubringen. Ich freue mich, dass ich das Panel heute moderieren kann. Später werde ich selbst am Panel zur politischen Dimension sitzen. Wir beschäftigen uns jetzt im ersten Panel mit der sozialen und psychologischen Dimension. Also wenn wir wissen, was nötig ist, aber nicht handeln. Das ist jetzt im Zentrum der Diskussion und da würde ich jetzt bereits schon die Panelisten vorstellen. Also wir haben zum einen Thomas Brudermann. Kommt gerade schon vor. Thomas Brudermann ist Psychologe und Nachhaltigkeitsforscher an der Uni Graz und hat neben seinem humorvollen Sachbuch »Die Kunst der Ausrede« dutzende Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Büchern verfasst. Er gilt als Experte für unser Entscheidungsverhalten und kennt die inneren und äußeren Widersprüche im Umgang mit zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen. Dafür bekam er auch schon einen Preis für Klimakommunikation und er ist außerdem Mitglied im Grazer Klimabeirat. Außerdem ist er Gastautor bei den Magazinen Fokus und Tag 1, Delegierte der Psychologists for Future und betreibt die Website klimapsychologie.com. Unser nächster Panelist ist Michael Adler. Ich würde mich direkt ans Positiv bitten. Michael Adler hat Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre studiert und ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Tipping Points mit 25 MitarbeiterInnen in Bonn und Berlin. Also ihm geht es darum, die Nachhaltigkeit und Transformation nicht alleine auf der rationalen Ebene zu diskutieren, sondern mit einer emotionalen Übersetzung zu vermitteln. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Markenbildung, politische Strategien und Kommunikation. Auch er hat ein Buch geschrieben. 2022 erschien sein Buch zum Thema mit dem Titel Klimaschutz ist Menschenschutz. Warum wir über die Klimakrise anders sprechen müssen. Unser dritter Panelist ist Sascha Liebermann. Meines Wissens ist er uns zugeschaltet oder wird uns zugeschaltet. Ich stelle ihn erstmal kurz vor. Er ist Soziologe und lehrt und forscht an der Alanus-Hochschule in Eifler bei Bonn. Seine Beschäftigung mit Fragen zu gesellschaftlichen Wandlungsprozessen führte zur Jahrtausendwende unerwartet zum Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens, mit dessen Voraussetzungen und etwaigen Folgen er sich seitdem befasst. Die öffentliche Diskussion dazu fördern wollte er aber ebenfalls und gründete gemeinsam mit anderen die Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung, die seit 2003 existiert. Ich kann Sie gut hören. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie da zugeschaltet sind und dass es scheinbar gut funktioniert. Wir können Sie hören. Wollen Sie dann vielleicht gleich mal anfangen mit Ihrer ersten Keynote, Herr Liebermann? Ich habe jetzt zwar nicht gehört, was Sie davor gesagt haben, aber ich gehe mal davon aus, dass es immer noch gilt, was wir vorbesprochen haben. Die Frage ist ja, wenn wir uns doch so sicher sind, woran es hapert und wo wir Probleme haben, die wir lösen müssen, weshalb kommen wir so langsam voran darin? Und auf den ersten Blick hat man den Eindruck, es scheint ja klar, es ist doch alles besprochen, diskutiert worden, die Argumente liegen auf dem Tisch und jetzt müssten wir nur losstarten, um endlich die Lösung in Angriff zu nehmen. Aber wenn man mal zum Beispiel auf die Grundeinkommensdiskussion zurückblickt, an der ich mich jetzt seit über 20 Jahren beteilige, dann hat man ja deutlich den Eindruck, die Schwierigkeiten liegen gar nicht so sehr in der Diagnose, sondern eher in der Frage, ob man auch andere Wege gehen will und zwar warum, ob man sie für gerecht hält. Und das ist ja etwas, was man in Diskussionen immer wieder erfährt, dass zwar der Vorschlag für interessant gehalten wird, aber dann doch die Einwände kommen, die irgendwie unüberwindbar scheinen, weil das Grundeinkommen zu etwas verführe, die Leute von etwas abhalte, es sei ungerecht, aus verschiedenen Gründen und es kollidiere, um kurz gesagt, einfach mit den Gerechtigkeitsüberzeugungen, die vorherrschen und warum sind die so beharrlich? Da würde ich zwei Gründe nennen und das ist bei der Klimawandeldiskussion meines Erachtens ganz ähnlich wie bei der Grundeinkommensdebatte. Der eine Grund ist natürlich, dass wir diese Gerechtigkeitsüberzeugung ja ausbilden in einem langen Prozess der Sozialisation, in einer ganz konkreten Gemeinschaft und nicht abstrakt. Und mit diesen Gerechtigkeitsüberzeugungen sind eben Vorstellungen verbunden, wie ein gutes Leben auszusehen habe und mit denen wachsen wir auf und binden uns an die. Und wenn es dann zu Konstellationen kommt, in denen es scheint, als würden die alten Überzeugungen nicht weiterführen, würde man jetzt denken, dann kann man sie doch einfach verändern. Aber das ist so einfach nicht, weil die eine gewisse Beharrlichkeit haben. Und die Frage ist natürlich dann darüber hinaus, woher kommt noch die Beharrlichkeit, abgesehen mal von dem Prozess des Aufwachsens, der damit verbunden ist. Da spielt eine große Rolle, dass diese Gerechtigkeitsüberzeugungen sehr stark gebunden sind daran, welchen Stellen wird Erwerbstätigkeit hat. Das ist in der Grundeinkommensdiskussion ja zentral. Ich würde aber sagen, für die Klimawandeldiskussion ist das ganz ähnlich, weil da geht es nicht nur darum, dass man Geld verdienen soll auf dem Wege, sondern auch, dass das der ethisch hochstehende Beitrag ist zum Gemeinwohl, den man zu leisten hat. Und der steht an erster Stelle über allem anderen. Wenn man sich jetzt anschaut, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, dann würde ich nicht sagen, wie manch andere, die Bedeutung von Erwerbstätigkeit hat abgenommen. Ich würde eher sagen, sie hat zugenommen. Sie ist stärker geworden. Es mag Diskussionen geben über die Verkürzung der Arbeitszeit, aber das ändert nichts an der normativen Bedeutung von Erwerbstätigkeit bis in die Kehrdebatte hinein. Und daran, das können wir vielleicht dann ja vertiefen, der Diskussion, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und solange wir daran nicht zu rütteln bereit sind, und man muss ja nur in Deutschland die Bürgergelddebatte verfolgen, das ist ja praktisch ein Rückfall um 20 Jahre, solange kommen wir in diesen Diskussionen nicht weiter. Bei allen technologischen Innovationen, die wir erreichen können. Soweit mal von meiner Seite. So, dann gehen wir weiter zum zweiten Keynote von Thomas Rudermann. Ja, ich bin Nachhaltigkeitsforschung-Psychologe. Ich beschäftige mich seit circa 15 Jahren mit menschlichem Entscheidungsverhalten und Nachhaltigkeitsdemen. Ich versuche, diese zwei Dinge zusammenzubringen. Und ich habe jetzt für dieses heutige kurze Statement einfach ein paar Aspekte menschlichen Entscheidungsverhaltens rausgegriffen, die uns ein bisschen im Weg stehen, wenn es um die Umsetzung dieser großen Nachhaltigkeitstransformationen geht. Und ich arbeite gern mit Bildern, um Geschichten zu erzählen. Wir sind nicht so weit weg aus Bayern. Und das erste Thema, das ich einbringen möchte, ist das Bauchgefühl. Die Intuition, die uns immer begleitet in unserem Entscheidungsverhalten. Und wenn es jetzt um Dinge geht wie Klimakrise und vielleicht kann man da ein bisschen einen Schrittpunkt auch zum Grunde kommen, dann tun wir uns schwer, das intuitiv zu erfassen und zu begreifen. Es ist nämlich etwas, das wir nicht kennen. Und wenn es um etwas geht, das wir noch nicht so kennen, dann tut sich auch unser berühmtes Bauchgefühl schwer. Ich habe hier das Bild von Markus Söder so Anfang Juni Hochwasserereignis in Süddeutschland mit der bezeichnenden Reaktion damit konnte niemand rechnen. Und meine Schnelldiagnose wäre ja, dass man nicht damit rechnen kann, wenn man sich auf sein Bauchgefühl verlässt. Wenn man sich auf diesen berühmten gesunden Menschenverstand oder in Österreich Hausverstand verlässt. Wer glaubt, das ist jetzt ein deutsches Unikum, das ist es nicht. In Österreich können wir das ja noch doppen. Auch das Hochwasserereignis war größer in Niederösterreich. Aber auch die Reaktion der Landespolitik, die ging so weit zu sagen, ob die Prognosen stimmen, kann ja keiner vorhersehen. Also da gab es sehr gute Prognosen, die das wirklich exakt vorhergesehen haben, aber das Bauchgefühl, der gesunde Menschenverstand tut sich eben schwer, wenn es um Dinge geht, die komplex sind, wenn es um Dinge geht, die wir so noch nicht gesehen haben. Ich habe das Buch von Rutger Breckmann wie viele gelesen zum Grundeinkommen, das sind Utopien für Realisten. Er beschreibt im Nachwort ja auch dieses Overtone-Fenster, also dieses politikwissenschaftliche Konzept, wonach eben auch nur das Bekannte gefordert werden kann. Unbekanntes ist zu radikal, um konsensfähig zu sein. Dieses Fenster kann sich aber auch verschieben, wie Sie bestimmt wissen. Ein weiterer Aspekt, der uns ein bisschen in die Quere kommt, ist die naturgegebene Veränderungs-Aversion. Der Status quo, auch wenn er nicht gut ist, wird von vielen Menschen bevorzugt, gegenüber einer Veränderung, die mit Unsicherheit behaftet ist. Gutes Beispiel, Fußgängerzonen. Wann immer eine neue Fußgängerzone irgendwo eingeführt werden soll, Widerstände, Proteste, Bedenken, die Wirtschaft geht weg und so weiter. Ist die Fußgängerzone einmal da, erlebt man einmal diesen neuen Status quo, ist auch die Akzeptanz viel höher. Trotzdem wiederholt er sich bei jeder neuen Fußgängerzone in jedem neuen Jahrzehnt. Das sehen wir auch. Hat vielleicht mit unserem Steinzeitgehirn zu tun. Tatsächlich war es ja über lange Zeiten der Menschheitsgeschichte so, dass etwas Neues zu probieren potenziell lebensgefährlich war. Als unsere Vorfahren durch die Savanne gestreift sind, also da hat man nicht gedacht, heute probiere ich einmal ganz allein einen neuen Weg aus. Also man hat es schon machen können, aber man war vielleicht am Ende des Tages dann eben tot. Und diese Veränderungsavasion, diese Angst vor Veränderung, die ist uns wohl ein bisschen geblieben. Was auch Bregmann bringt in seinem Buch, er zitiert hier Albert Hirschmann, die drei Argumente gegen Utopien und Transformationen gehen immer in so eine richtige Richtung, ja in so Richtung Utopiden. Und er diskutiert das auch anhand von Grundeinkommen. Und die drei Argumente hier sind, es ist aussichtslos und unmöglich, es ist gefährlich und zu riskant und es ist wieder natürlich, es ändert in Dystopie. Sehen wir übrigens auch beim Thema Klimaneutralität, die Menschen wollen nicht verzichten, sieht man schon, ist auch wieder problematische Sprache, wo wir sicher noch einiges hören werden, das zerstört unsere Wirtschaft und wir enden dann in einer Ökodiktatur. weiteres Thema, wir sehen, wir haben es nicht getestet, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Menschen nehmen sich selbst meistens als sehr positiv wahr. Das Problem sind tendenziell die anderen. Also ich wäre ja bereit zur Klimaneutralität, ich würde auch, wenn ich jetzt ein Grundeinkommen bekommen würde, ich würde das sinnvoll nutzen, aber die anderen, die würden sich dann besaufen und die befürworten auch diese Dinge, wäre es gar nicht. Also der Vergleich zu anderen fällt immer positiv für einen selbst aus, tendenziell positiv und das ist vielleicht auch eine Hürde. Wir trauen anderen Menschen weniger zu als uns selbst und dann haben wir gerade beim Thema Klima auch das Problem mit Lebensrealitäten und sozialen Identitäten. Sehr viele Menschen identifizieren sich ja mit ihrer Erwerbstätigkeit und wir haben jetzt in einem fossilen System eben die Herausforderung, dass da einige Branchen wohl obsolet werden. Die Frage ist, was passiert mit diesen Menschen? Die kann man natürlich schon mit einem Grundeinkommen versorgen, man kann sie monetär entschädigen, wenn sie ihre Jobs verlieren. Das kann man alles machen. Was aber viel schwieriger ist, zumindest jetzt einmal aus der Perspektive in die Zukunft blickt, ist die Lebensrealität und die soziale Identität irgendwie drüber zu retten. Nämlich das Gefühl, was beizutragen als zum Beispiel Lastwagenfahrer, als Kohleminör, als Arbeiterin in der Fabrik, das kann man nicht so leicht ersetzen. Und wie das ausschaut, wie man da soziale Identitäten auch respektvoll mit einbezieht, das ist auch nicht, was ich jetzt vorgeben könnte oder irgendjemand, der hier sitzt, die hier sitzt, sondern das sind Fragen, die man auch gemeinsam diskutieren muss. Einige Fragen, die man natürlich schon sieht und das ist jetzt meine vorletzte Folie, ist die Frage der Verteilung und des Diskurses, der rundherum da geführt wird. Und das hat eine spanische Forscherin, die Lea Rinkon, da ein sehr schönes Experiment gemacht und kürzlich publiziert. Sie hat so Conjoint-Experimente gemacht, um herauszufinden, was sind die Faktoren bei einem Grundeinkommen, die eher für Zustimmung und eher für Ablehnung sorgen. Und tatsächlich ist es die Universalität des Grundeinkommens, die auch zu Widerständen führt. Wenn man dann im Experiment sagt, ja, das ist nicht universal, das ist nur für StaatsbürgerInnen, dann ist die Akzeptanz auch gleich viel höher. Also die Universalität kann da auch in die Quere kommen, eben auch, wenn Diskurse so sind, wie sie sind. Was nicht unbedingt für Widerstand sorgt, ist die Bedingungslosigkeit. Also die wird eher hingenommen. als die Universalität. Das sind aber jetzt nur ein paar Gedanken, vielleicht ein paar Anknüpfungspunkte, Startpunkte für die Diskussion. Ich möchte trotzdem hoffnungsvoll enden. Also auch wenn alle sagen, das geht nicht, am Ende kommt eh immer jemand, der das nicht weiß und das dann trotzdem macht und das funktioniert. Herzlichen Dank. Dann würde ich als nächstes Michael Adler bitten, kurz auch noch seine Präsentation. wenn wir die zum Laufen bekommen vorzustellen. Das schaffen wir. Ich habe 2021 im Herbst und 2022 im Frühjahr dieses Buch geschrieben, Klimaschutz ist Menschenschutz. Und mir ging es damals darum, dieses Verzicht Narrativ zu verändern. Also wenn du Klimaschutz machst, dann musst du auf Wohlstand verzichten, auf ein gutes Leben verzichten, die Innenstädte werden nicht mehr erreichbar sein, dein Wohnen wird unbezahlbar. All diese Gegenargumente und ich habe gesagt, wir müssen anders darüber reden, wir müssen Gewinner Narrativ daraus machen. Ich hatte damals noch gar nicht dieses Kontrarechts so sehr auf dem Plan, also dass wir eine destruktive Erzählung kriegen, die wir jetzt haben, haben, die sagt, Deutschland oder die westliche Welt ist im Eimer und nur radikale Veränderungen im Sinne von rassistischen, sexistischen und sonstigen Politiken könnten Rettung darstellen. Ich glaube zutiefst, dass wir das, was wir wollen, was auch Fritz Hinterberger vorhin skizziert hat und der Club of Rome will, dass wir eine starke, selbstbewusste, positive Erzählung brauchen, die wir dem entgegenstellen und das war auch so nur die politischen Verirrungen und Verwirrungen, die wir derzeit haben, lösen können. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, wie funktioniert Kommunikation eigentlich, das ist in Barcelona, in der Nähe von so einem Superblock, aber nicht im Superblock selber, da hat man eine Rambler, in der Mitte kann man im Schatten zu Fuß gehen und rechts sind Fahrradwege und links und ich habe hier zwei ältere Frauen fotografiert, die wirklich über einen sehr breiten Zebrastreifen gehen, das zeigt, was dieses Thema auch an Lebensqualität für Schwächere bereithält. Dann habe ich mir überlegt, bedingungsloses Grundeinkommen, wie ist das geframed, also was für eine Erzählung habt ihr und das Wort bedingungsloses Grundeinkommen ist an sich schon kompliziert und dann habe ich mir gedacht, okay, es schafft eine menschlichere Welt, also wenn Klimaschutz Menschenschutz ist, dann behaupte ich jetzt einfach mal bedingungsloses Grundeinkommen ist Menschlichkeitsschutz, also wir gehen menschlicher miteinander um, eine leichte Variation, aber eine ganz andere Konnotation. Elisabeth Wehling hat ein ziemlich kluges Buch geschrieben über politisches Framing, wird in Deutschland jetzt gerade nicht mehr so rezipiert, weil sie bei einem Prozess bei der ARD oder ZDF in Misskredit geraten ist, kann ich aber sehr empfehlen und sie sagt, worüber in der Demokratie nicht gesprochen wird, das findet nicht statt. Und dann habe ich mal geguckt, worüber reden wir gerade, Migration, Migration, Migration. Eine Journalistin, die sich mit Rassismus beschäftigt, hat gesagt, wenn du von montags bis samstags Migration, Migration hörst und sonntags gefragt wirst, was ist das größte Problem, das wir haben, dann sagst du Migration. So funktionieren wir. Ohne Söder geht kein Vortrag über Klimaschutz, ich habe ihn hier auch nochmal rausgeholt, das Gebäudeenergiegesetz, das GEG, bringt 500 Milliarden Kosten für den Staat und bis zu 300.000 Euro für Hausbesitzer. Das war die klassische Oma, die untergeht, wenn Habeck durchkommt und das ist das Verhinderungs- und das Negativ-Narrativ. Worüber wird geredet? Die Grünen sind an allem schuld, das ist quasi die andere Seite der Medaille Migration, Migration, Migration. Also wir verengen den Diskurs und wir haben einen Sündenbock, der für alles zuständig ist. Worüber wir nicht reden, ist, dass 100 Unternehmen für 71 Prozent aller jemals emittierten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Saudi Aramco ist das Erste in der Reihe und dann kommt Gazprom irgendwann und RWE ich glaube auf Platz 42. Worüber nicht geredet wird, ist, dass das reichste 1 Prozent in den Jahren 2021 81 Prozent Vermögenszuwachs hatte, also in den Corona-Jahren, wo es viele am Limit war und worüber nicht geredet wird, ist, dass die Autoindustrie 800.000 Arbeitsplätze hat, aber das Handwerk 5,6 Millionen, habe ich gerade auf dem Titel von Brand 1 gelesen, also wir reden immer wieder über eine bestimmte Industrie und 800.000 bei 42 Millionen Arbeitsplätze ist auch nicht jeder siebte, wenn man mal rechnet, es ist jeder 25. ungefähr, aber trotzdem tut die Regierung alles, um diese Leitindustrie, Leitindustrie in Anführungszeiten zu stützen. Kommunikation ist sozial und ich will einen kleinen Test mit Ihnen machen, glauben Sie, dass die Klimaerhitzung eine große Aufgabe ist, dann heben Sie mal kurz die Hand. Ja, sind schon sehr viele. Glauben Sie, dass bedingungsloses Grundeinkommen ein Teil der Lösung ist, dann stehen Sie mal kurz bitte auf. Ja, da stehen fast alle, ja, das belebt auch ein bisschen zwischendurch, sehr gut. Und letzte Frage, stimmen Sie zu, dass beide eine bessere Kommunikation brauchen könnten, dann nicken Sie mit dem Kopf. Ja, das was wir jetzt gemacht haben, ist so eine physische Übung, sie ist aber auch eine kommunikative Übung. Wir sind nicht gern allein, also Sie haben es gerade gesagt, wir gehen nicht gerne alleine durch die Savanne, das ist gefährlich und wir sind gerne auch in dem, was wir vertreten, nicht gerne alleine. wenn Sie jetzt alle aufgestanden sind, gerade beim Grundeinkommen, hat das Ihnen auch ein Gefühl von wir gegeben und wir zusammen können das wechseln. Und das Nicken mit dem Kopf, da gibt es auch Tests, selbst wenn du zu Themen, die gegen deine Interessen sind, zum Nicken verleitet wirst, macht das was mit deiner inneren Haltung. Man hat Studierenden einen Text vorgespielt, der die Erhöhung von Studiengebühren forderte und dieses Setting war, Sie sollten Kopfhörer testen, ob der gut hält und den einen hat mal gesagt, schüttel den Kopf und den anderen hat mal gesagt, nicke mit dem Kopf und die, die genickt haben, haben hinterher der Erhöhung von Studiengebühren dreimal so viel zugestimmt wie die anderen. Also passen Sie auf, wenn Sie zum Nicken verleitet werden. Wenn wir uns begegnen, verändern sich unsere Gehirne, das sind, denn wir sind soziale Wesen, die in der Begegnung erst so richtig aufblühen. Das ist Maren Urner, Neuropsychologin, Neurowissenschaftlerin, die gerade ein Buch geschrieben hat, radikal emotional. Unsere Handlungen sind emotional, deshalb geht es vom Wissen zum Handeln, auch nicht auf einem direkten Weg, sondern immer über das Wollen. Es ist eine höchst emotionale Angelegenheit, was wir tun oder nicht tun. Eine alte Studie aus Kalifornien, da wollte man die Leute dazu bringen, ihre Hausheizungen zu modernisieren und hat so Henkel an die Türen gehängt. Auf dem einen stand, you can save money und man hat es sogar quantifiziert, in dem Viertel, im Durchschnitt waren das 50 Dollar im Monat, die man sparen konnte. Das andere war, you can save the planet, also CO2 sparen und das dritte war, you can be a good citizen, weil deine Stadt dann weniger investieren muss in neue Anlagen und wenn man das in Deutschland so hinstellt, dann sagen alle, ja das mit dem Geld, das hat bestimmt Verhaltensänderungen ausgelöst, alle drei haben gar nichts ausgelöst, man hat ein viertes aufgehängt, your neighbor is doing better und das war der Treiber für Veränderung. Also dieses soziale Verorten funktioniert eben auch kompetitiv. Kommunikation braucht einen Rahmen, ich habe jetzt öfter schon das Wort Framing benutzt und das ist im Grunde ein Bild von Framing, es ist auch ein Bild von menschlichem Verhalten kann man nicht ingenieurtechnisch verordnen, sondern der Mensch nimmt immer den bequemeren Weg und so ist es in unserem Hirn eben auch bequem ausgetretene Routinen zu verfolgen, also immer wieder das gleiche zu tun, Tee oder Kaffee, Blender, Med oder Kolgate, Fahrrad oder Auto. Wir nehmen immer die gedankliche Abkürzung und wenn wir eine Routine neu implantieren wollen, müssen wir die üben, üben, üben. Also der Rahmen macht das Bild, auch ein klassischer alter Test, man hat Probanden gesagt, du bist krank, also war klar, dass es ein Setting war, man hat ihn nicht in Angst und Schrecken versetzt, du bist krank, du kannst dich einer Operation unterziehen, aber die Sterblichkeitsrate liegt bei zehn Prozent. Machst du die OP oder machst du sie nicht? Der Vergleichsgruppe hat mal gesagt, du bist krank, du kannst dich einer Operation unterziehen und die Überlebenschance liegt bei 90 Prozent. Bei der Überlebenschance haben dreimal so viele gesagt, ja, ich mache die OP. Also das zum Thema rationale Überlegungen und wir müssen es doch nur ausreichend erklären, dann werden wir es schon tun. Ich habe zwei unterschiedliche Frames für bedingungsloses Grundeinkommen mitgebracht, BGE ist gut gegen Existenzangst, BGE schafft Sicherheit für Kreativität und Empathie. Wir können auch nicht nicht denken, also gut gegen Existenzangst, bleibt in unserem Hirn Existenzangst hängen, ganz schwieriges Framing. Wenn man erklärt, wofür BGE gut ist, dass es Sicherheit schafft, Kreativität und Empathie fördert, dann ist das besser. Kommunikation für Veränderung braucht ein Wofür. Und Steve DeShacer ist ein amerikanischer Psychologe, den habe ich auf die Rückseite meines Buches geschrieben. Der hat gesagt, das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Deshalb mein Plädoyer, reden Sie über Lebenschancen, reden Sie über positive Entwicklungen, wo Sie hinwollen. Und die Hindernisse sind die klassischen Present Base. Wir machen das so nicht. Andere Probleme sind gerade wichtiger. Veränderung macht nur Probleme. Negative Bias, das funktioniert nie, das haben wir noch nie so gemacht. Bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht zu bezahlen und Klimaschutz ist eine Erfindung der Grünen. Damit ist das erstmal tot. Deshalb muss man, das ist mein Plädoyer, sogenannte Desirable Future, so habe ich es genannt, also wünschenswerte Zukunfte, eigentlich so im Englischen eher Begehrenswerte. Da ist noch eine andere, eine obsessivere Konnotation drin wie beim Wünschenswert. Aber stell dir zuerst die Lösung vor, mach dir ein Bild von einer Stadt für Menschen, mach dir ein Bild von Menschen, die eine gesicherte Existenz haben oder mach dir halt ein Bild von einer Welt, in der deine Kinder in Zukunft glücklich leben können. Das ist jetzt wieder für deutsche Verhältnisse schon sehr pathetisch und schwierig zu realisieren. Deshalb nochmal praktischer, Veränderung braucht Desire Futures und ich bin bei den Desire Futures immer am Ende dahin gekommen, dass wir weg vom Ich und zum Wir kommen und mehr Kooperationen brauchen. Mobilität, der motorisierte Individualverkehr wird durch ein Kollektivsystem ersetzt mit Sharing, Mobility as a Service, haben sie es in Helsinki genannt, in Finnland, wo all diese, dieser Umweltverbund ÖV-Sharing, Bikesharing, Carsharing bis hin zum Taxi integriert ist in einer Flatrate und damit wird es auch wieder einfach und damit kann man dann den motorisierten Individualverkehr ersetzen. Bei der Landwirtschaft habe ich mich in der S-Bahn-Stadt Andernach nochmal zukunftsorientiert ausgetobt, wenn man sich überlegt, dass die, also die Stadt hat ihre grünen Flächen für Gemüse und Obstanbau umfunktioniert und hat das auch frei zugänglich gemacht. Alle haben gesagt, das wird vandaliert, da kommen Egoisten und nehmen alles weg, ist alles nicht passiert, es ging sehr zivilisiert zu und ich habe das weitergesponnen und habe gesagt, lass es uns in den Umkreis von Andernach um ausdehnen, lass uns Produktionsgenossenschaften bilden, lass uns lokale Märkte wieder bilden. Dem entsteht natürlich die derzeitige EU-Agrarförderung, die Agrarindustrie fördert, entgegen und deshalb war es auch echt sehr hinderlich, dass das in der letzten Legislatur nochmal so fortgeführt wurde, aber trotzdem ist das glaube ich ein Weg auch in der Landwirtschaft weiterzukommen. Bei der Hauswärme haben wir jetzt das Thema, soll sich jeder und jede wieder eine Wärmepumpe für mehrere 10.000 Euro individuell ins Haus einbauen. Mein Nachbar in Bonn ist ein Däne, der sagt, ich verstehe das gar nicht mit so leichtem Akzent, dänischem Akzent. Bei uns in Dänemark hat keine Heizung im Keller, wir haben alles kollektiv organisiert und sie haben es auch sehr stark kollektiv organisiert. Kopenhagen ist 98 Prozent an Fern- und Nahwärme angeschlossen, 85 Prozent der Nahwärmesysteme in Dänemark sind in Genossenschaftshand. Das heißt, man organisiert auch kollektiv seine Hauswärme, sehr kluge Variante. Die erneuerbare, lokale erneuerbare Energieproduktion, Stichwort Balkonkraftwerke, Stichwort jetzt auch wieder Förderung von Solarpanels auf den Dächern ersetzt. Zunehmend fossile Großkraftwerke, was natürlich nicht im Sinne von RWE und anderen großen Unternehmen ist, aber trotzdem sich bottom-up durchsetzt. Ich bin dann auch nach all den Überlegungen über die Cyberfutures an die Wirtschaft gekommen und habe gesagt, du musst irgendwie ja auch was zur Wirtschaft sagen und dann habe ich mir das Grundeinkommen angeguckt und dann habe ich mir die Gemeinwohlökonomie angeguckt und ich bin dann kommunikativ, weil Kommunikation ist mein Thema, eben doch auch bei Kate Roberts Donut hängen geblieben, weil es die plakativste Darstellung ist mit im inneren Kreis quasi die SDGs und die persönlichen und individuellen Benefits, die aus einer guten Wirtschaft resultieren und als äußere Begrenzung die Planetary Boundaries und in der Mitte der Just and Safe Space für Humanity, der sich auch wieder mit Johann Rockström und den Planetary Boundaries gut vermählen ließ und sie sagt eben behave like a 20th century economist und der fragt eben nicht nach dem Shareholder Value zuerst und nach meiner Bereicherung als Besitzer eines Unternehmens, sondern was kann dein Unternehmen für die Gemeinschaft tun. Also das ist mein Ergebnis letzten Endes auch des Buches, der Erfolg des Menschen beruht auf Kooperation, das ist eher historisch, aber ich bin auch immer wieder bei Kooperation rausgekommen und deshalb ist Klimaschutz eben Menschenschutz und bedingungsloses Grundeinkommen ist Menschlichkeitsschutz und zuletzt habe ich noch als Ermutigung die größte Anarchistin und Revolutionärin unter der Sonne, Bibi Langstrumpf. Das halte ich jetzt immer in Kommunalverwaltungen, wo es um Mobilitätswende und Klimawende und so geht, bringe ich das immer und sie sagt einfach, das haben wir noch nie so gemacht, das wird bestimmt gut und in diesem Sinne, lass es uns anpacken. So, das mit der Zuschaltung hat ja jetzt wieder super funktioniert. Ich hoffe, ihr fandet die drei Impulse jetzt genauso spannend und anregend wie ich. Ich bin jetzt gerade wahnsinnig überrascht, dass in einem Moment die wesentlichen psychologischen Dimensionen und Mechanismen, warum wir nicht tun, obwohl wir wissen, vorgegriffen wurden und dann schon die Lösung von Herr Adler, also das wirkte ein bisschen abgesprochen, war das gestern noch? Ja, ja, wir kennen unsere Inhalte gegenseitig. Direkt da angesetzt. Auf dem Podium abgesprochen. Ja, es wirkt ja ein bisschen so, also von von diesem Unbekannten, das ist zu radikal, das BG ist ja nicht greifbar und die Veränderung, also die Aversion dagegen, also spannende Konzepte, die da ins Feld geführt werden, hin zu, ja, das ist ja die Utopie und auch die Einsichten, dass es selbst und Fremdwahrnehmung, dass es da häufig so eine Diskrepanz ist, dass man das nicht zutraut in so einer Ellbogengesellschaft. Das sind schon mal wichtige Punkte. Und welche Bedeutung da dieser Diskurs hat, der geführt wird und wiedergeführt wird, also von Lindners sozialen Hängematte, also da gibt es ja mehrere Vertreter, aber Christian ist da sehr erfolgreich, hin zu, ja, Diskussionen, die dann dem BGE im Wege stehen, als Thema. Aber da finde ich diese, dieser Ansatz von Herr Adler mit diesem Klimaschutz als Menschenschutz, also dass man, dass man da eben selbstbewusste Erzählung entwickelt, erst mal eine interessante Basis, also dass man die Vorzüge vom BGE da im Vordergrund macht mit einem gewissen Framing. Also das fand ich jetzt in erster Linie sehr erhellend. Gibt es vielleicht von den Panelisten erst mal untereinander Repliken? Also ich hätte zumindest einen Punkt, den wir vielleicht jetzt noch nicht so mit diskutiert haben, also niemand von uns drei. Und das ist, glaube ich, das Trauma, das nach Corona noch ein bisschen tief sitzt. Und wir haben das gerade gesehen, in Österreich hat es ja Wahlen gegeben, letzten Sonntag mit Zugewinnen, massiven Zugewinnen für die Klimaverleugnungspartei. Und also die Analysen sind wohl noch nicht ganz vollständig, aber es scheint wohl gespeist zu sein, auch von dieser Unzufriedenheit nach der Pandemie oder während der Pandemie. Und da hat sich, das ist jetzt meine Beobachtung, im Untergrund, also Untergrund klingt so viel, da war damit eigentlich Telegram-Channels und Co. anscheinend sehr viel organisiert und sehr viel getan. Also da haben sich Gruppen zusammengefunden, also diese impfskeptischen Gruppen und coronaskeptischen Gruppen haben richtige Strukturen aufgebaut. Dann war das Corona-Thema aber einigermaßen, ja, gegessen, wurde vielleicht noch ein bisschen weiter geköchelt, aber dann wurde das ganz massiv mit Klimaverleugnung bespielt. Und ich glaube, das sehen wir jetzt ein bisschen auch im öffentlichen Diskurs, dass eben diese wütende Ablehnung beim Thema Klima auch daherkommt, dass die Menschen das Vertrauen in Institutionen massiv verloren haben, was natürlich auch ein bisschen orchestriert wurde aus meiner Sicht. Und wie wir damit umgehen, ob das jetzt vielleicht auch für Grundeinkommen sogar ein Gelegenheitsfenster wäre, das könnte man aus meiner Sicht noch diskutieren. Herr Liebermann, es ist immer schwerer, das Online-Publikum einzubinden, deswegen würde ich Sie bitten, also haben Sie dazu vielleicht jetzt direkt eine Antwort auf die Frage, ob das jetzt ein Möglichkeitsfenster wäre? Ja, also die Einschätzung jetzt gerade von Herrn Brudermann finde ich interessant, aber wenn ich mich recht erinnere, war ja die FPÖ zum Beispiel um die Jahrtausendwende schon mal sehr stark in Österreich. Und dann wäre natürlich die interessante Frage, was war der Hintergrund dafür? Und man muss, glaube ich, die Debatten der letzten Jahre, wie die geführt wurden öffentlich, also auch in Deutschland, für mich jetzt vor allem, sich vor Augen führen, welches Verständnis von zum Beispiel Mündigkeit, was traut man den Bürgern zu, kann man sich auf sie verlassen, dort dominiert hat. Und die Pandemie ist ja im Grunde nur ein Ausschnitt aus einem sehr, aus einer sehr langen Diskussion, in der in der Regel doch immer die Haltung vorherrschte, dass es besser ist, dem Bürger erst mal nicht zu vertrauen und zu gucken, was er unter Regulierung macht, als zu vertrauen darauf, dass er auch ein Interesse hat am Gemeinwohl, dass ihn das bewegt. Und das können Sie durch alle Themen verfolgen. Wenn Sie die Bologna-Reform an den Hochschulen nehmen, sind die der Inbegriff dessen, dass man den Studenten nichts zutraut. Deswegen muss man das alles genau planen bis ins Detail. Das haben Sie in Debatten über Sozialpolitik genauso. Es ist identisch eigentlich. Und die Art und Weise, wie dann über die kontroversen Positionen diskutiert wird, vielleicht so viel dann zum kommunikativen Teil, das Konfrontative, dieses Grundsätzliche, dass es immer dann diese Tendenz hat, entweder machen wir das so oder wir machen das so. Und dazwischen gibt es nichts. Und andere Positionen sind tendenziell nicht mehr legitim. Das hat doch die Debatten sehr stark geprägt. Und meines Erachtens ist das, was wir jetzt da heute erleben, auch mit den Erfolgen der AfD, doch Ergebnis eines sehr langen Prozesses. Man darf ja nicht vergessen, wie die AfD über Jahre behandelt worden ist in den Medien. Die hatten mit jedem Talkshow-Besuch schon gewonnen, indem sie nur da saßen, weil alle sich auf sie gestürzt haben. So war das in der deutschen Debatte. Von Gründung an. Und das ist ein Problem, weil dann redet man natürlich nicht mehr geduldig miteinander über Lösungen. Und wie können wir einen Kompromiss finden, auch wenn wir das, was der andere sagt, nicht vollständig teilen, sondern wir reden dann sehr schnell über Schwarz-Weiß-Dimensionen. Und das erschwert jedes Fortkommen. Ja, es ist eben nicht so leicht. Also ich habe auch Ende letzten Jahres, ich will jetzt nicht sagen, ich bin nicht in eine Klimadepression gefallen, aber ich habe das gespürt, dass es alles schwieriger geworden ist und harziger geworden ist. Ich habe mit Leo gestern auch drüber geredet. 2018, 19, als Greta den Fridays-for-Future-Aufbruch gewagt hat oder zufällig gefunden hat. Als Agenturchef sage ich immer, Mensch, es ist so simpel, du musst drei Worte auf dem Pappkarton schreiben, du kannst eine Weltbewegung initiieren. Das ist mir noch nicht gelungen, aber da kam natürlich viel zusammen, was gepasst hat. Paris-Beschluss 1,5 Grad 2015 war auch noch nicht so weit weg. Also ich hatte so 18, 19 hatte ich das Gefühl, es geht was. Und dann kam Corona und hat das alles ausgebremst. Dann kamen auch natürlich die Impfgegner-Demos. Es kam diese ganze Debatte, wie viel soll der Staat sich einmischen? Darf man Impfen vorschreiben oder nicht? Also wie sehr darf der Staat bevormunden und wie frei müssen Bürgerinnen weiter entscheiden dürfen? Und dann gibt es eine FDP oder eine neoliberale Grundströmung, die natürlich das Freiheitsthema immer wieder wirtschaftstechnisch besetzt und sagt, Freiheit ist die Abstinenz des Staates in allen sozialen Fragen und ist die Abstinenz des Staates auch in allen wirtschaftslenkenden Fragen. Und das widerspricht natürlich dem aktiven Staat, den Fritz Hinderberger mit dem Club of Rome gerade gefordert hat, der Leitplanken definiert. Ich habe jetzt eine, gibt es eine aktuelle Geschichte. In Deutschland hat eine Schule den deutschen Schulpreis gewonnen, eine Förderschule in Bonn. Und in der Zeit ist gerade eine Geschichte darüber, wo der Schulleiter zitiert wird, wir vermeiden Unterricht möglichst. Und das ist vielleicht so eine ganz fremde Idee von einem anderen Feld erstmal. Aber sie trauen sich gerade bei Problemkindern, in Anführungszeichen, also die in anderen Schulen nicht durchgekommen sind, ihnen Freiheit und Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit zu geben, aber unter bestimmten Leitplanken. Also sie geben ihnen den Rahmen und sie haben Ansprechpartnerinnen in Lehrern und Lehrerinnen und können aber ihren Schulalltag selbst gestalten und machen das erstaunlicherweise auch sinnvoll. Das ist ja so ein bisschen auch die Debatte beim bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn ich den Menschen einfach Geld gebe, machen die Quatsch damit oder machen die was Vernünftiges damit. Also vielleicht muss man auch noch mal so in diese Führung, Freiheit, Laissez-faire, Orientierung, Leitplanken-Debatte einsteigen und gucken, wie man da eine gute Lösung findet. Ja, was ich jetzt vorhin noch spannend fand, war eben diese Corona-Diskussion und Debatte. Also ich war da auch häufiger auf diesen Demonstrationen und ich fand das ein Wahnsinn, was das für unterschiedliche Zielgruppen waren. Also von esoterischen Hippies angeführt, die Identitären, zwischendrin die FPÖ und dann ganz viele, ganz viele ganz normale Menschen, die einfach gemerkt haben, dass ihre Kinder darunter leiden. Und natürlich wurde da, also das war die größte rechte Mobilisierung Österreichs, natürlich wurde da Material verteilt, wurden Personen dann überhäuft mit, ja, man wusste nicht mehr, was wahr ist und was erfunden. Also das war eine Kampagne, die sehr erfolgreich war. Und was ich da noch mal gerne wissen würde, also Herr Adler, das war erstmal ein super Framing für das BGE, aber wie könnte man wieder so einen Aufbruch machen? Weil ich finde, also halten Sie das auch für eine Möglichkeit, dass die verschiedenen Gruppen eben zusammenkommen? Weil das sind ja überschneidende Ziele hier. Die Care-Bewegung hätte ein Interesse an einem BGE aus meiner Sicht. Die Umweltbewegung genauso. Also dass man den Klimaschutz dann sozial verträglich gestaltet. Aber wie kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner? Die Rechten scheinen erfolgreicher zu sein momentan. Finden Sie nicht? Ja, sie sind erfolgreicher. Also gestern habe ich auch noch mal gesagt, dass der Begriff stammt von Gramsci, der kulturellen Hegemonie. Und das scheint so, als ob Rechte gerade sowas hätten. Also ob das jetzt Trump ist, ob das FPÖ ist oder ob das die AfD ist. Allein mir scheint der Begriff kulturelle Hegemonie so hochtrabend, dass er für das, was transportiert wird, eigentlich nicht ganz angemessen ist. Weil es wird ja viel Bullshit transportiert, gerade wenn man sich Trump anguckt. Ich habe auch, also ein Punkt von Kommunikation ist auch, hat ein englischer Freund von mir an die erste Stelle gestellt. Starte mit einem Lächeln. Also geh freundlich auf die anderen Menschen zu. Dann kannst du überzeugen. Und dann sage ich, guckt euch mal die AfD-Leute im Bundestag an, was die immer für eine Fresse ziehen. Also lächeln tun die selten. Die lachen, wenn sie lachen, höhnisch. Und versucht mal auch auf dieser menschlichen Ebene dem zu begegnen. Also es klingt dann immer naiv, wenn du halt mit Wattebäuschen auf Leute wirfst, die mit dem gezückten Revolver dastehen. Aber ich glaube, dass wir letzten Endes nicht in die Falle gehen dürfen, genauso aufgeregt, genauso aggressiv, genauso niederträchtig unsere Argumentation aufzubauen. Ich glaube, wir müssen konstruktiv bleiben. Und dann eben auch überlegen, welche Rolle hat der Staat. Der Staat muss aber auch was sagen. Also das ist in Deutschland gerade das Problem, dass wir einen Kanzler haben, der nichts sagt. Also wir brauchen bei aller Mobilisierung der gesellschaftlichen Kräfte und der Freiheit und Diversität, die da herrschen soll. Eben auch sowas wie Leadership, was sich in der deutschen Politik gerade schwierig gestaltet, weil halt auch die Regierungskoalition Kakophonie macht. Der, der den Führungsanspruch eigentlich qua Amt hat, ihn nicht ausübt und deshalb das Gefühl von Orientierungslosigkeit entsteht. Ergänzend dazu, also Emotionen sind ja so eine heikle Frage in der Kommunikation. Und ich bin kürzlich über Studie gestolpert, wo man sich angeschaut hat, was quasi die Emotion auf Senderseite und auf Empfängerinnenseite macht. Und ein Ergebnis war, dass das aufeinander abgestimmt sein muss, damit die Kommunikation effektiv ist. Also man hat das gemacht mit WissenschaftlerInnen, die halt emotional oder sachlich waren und das Publikum hat dann eben auch einmal gemessen, was ist der emotionale Status. Und dann hat man geschaut, wie passt das zusammen. Wenn der emotionale Wissenschaftler auf ein völlig desinteressiertes Publikum trifft, schwierig. Oder auf gut gelauntes Publikum. Umgekehrt kann man an wütenden überhaupt mit Sachlichkeit auch nur schwer erreichen. Also da braucht es wirklich diese Abstimmung zwischen Sender und EmpfängerInnen. Das vergessen wir vielleicht manchmal. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, Herr Liebermann, wollten Sie gerade noch was ergänzen? Also ich würde dem auch weitgehend zustimmen, was jetzt gesagt wurde. Man muss sich doch vor Augen führen, wenn man den anderen ernst nehmen will in seiner Position, dann muss man ja grundsätzlich ihn auch respektieren damit, solange er nicht die Integrität des Menschen selbst infrage stellt. Und das scheint mir schon ein Problem in den politischen Debatten zu sein. Da kann es schon auch leidenschaftlich zugehen. Das ist nicht der Punkt. Leidenschaft steht ja auch dafür, dass man etwas bewegen will und es für wichtig hält. Aber die Leidenschaft darf nicht das Gegenüber angreifen und in seiner Existenzberechtigung infrage stellen. Und manche Debatten, die wir haben, jetzt wurde das Beispiel mit den geifernden AfD-Parlamentariern genannt. Solche Phänomene gibt es bei den anderen Parteien ja auch. Sie erinnern sich vielleicht, Gauland hat zu seinen Zeiten mal davon gesprochen, eine Staatssekretärin nach Anatolien auszuschaffen. Das hat für viel Empörung gesorgt. Eine deutsche Parlamentarierin. Aber aus SPD rein kamen solche Ausdrücke schon gegenüber Angela Merkel. Also das heißt, insgesamt der Umgang miteinander wird natürlich problematisch, wenn man die Personen als solche infrage stellt und nicht über Positionen streitet. Und das kann man an aller Orten finden. Das finden Sie auch in der Grundeinkommensdebatte und auch bei Befürwortern des Grundeinkommens. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das alles so Schäfchen sein, die immer das genau gut machen. Das ist nicht der Fall. Da wird auch an anderen Positionen die Existenzberechtigung abgesprochen. Harter Streit argumentativ und natürlich ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Das ist ganz relevant in diesen Debatten. Und da kann ich natürlich auch mal ein Publikum gegen mich haben. Die Frage ist doch, ob ich denn gesprächsbereit bin in der Dauer. Das habe ich bei Diskussionsveranstaltungen zum Beispiel auch schon erlebt. Je länger man redet, desto mehr Möglichkeiten hat man, den anderen auch besser zu verstehen. Und dafür muss man natürlich ein Sensorium haben. Das ist klar. Es nützt nichts, auf Konfrontation zu gehen, wenn man den Eindruck hat, ja, aber jetzt haben wir das Problem, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Das würde ich schon auch sagen. Das sieht man natürlich auf allen Ebenen. Das ist in der politischen Debatte so. Das kann man natürlich auch in Alltagsdebatten sehen. Und das ist eine Schwierigkeit. Und ich glaube, dahinter steckt auch die Frage, wie verstehen wir eigentlich republikanische Demokratien? In solchen leben wir ja. Und was zeichnet die aus? Und dann sind wir ganz schnell an dem entscheidenden Punkt, dass wir natürlich immer eine plurale Öffentlichkeit haben. Und es gibt immer unterschiedliche Positionen zu etwas. Und wir können bis zum bestimmten Punkt diskutieren und Argumente austauschen. Und dann kommt die entscheidende Stelle so. Jetzt müssen wir etwas machen. Und da hören auch die Argumente auf. Da muss man das in die Hand nehmen. Und das ist ein Punkt, den kann man nicht erzwingen. Aber man kann natürlich durch eine intensive Diskussion den sehr gut vorbereiten, den Weg dahin. Und wenn das zu nichts führt, ist man ja machtlos. Sie können ja den anderen nicht zwingen zu etwas. Sie brauchen immerhin, zumindest demokratisch gedacht, eine Entscheidung, die parlamentarisch herbeigeführt wird, um dann was zu machen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Jetzt auch in den aktuellen Debatten über die Regierungsbildung in ostdeutschen Bundesländern. Es gibt auch eine Grenze. Die Grenze ist immer, wenn die Integrität der Person infrage gestellt wird. Dann kann man nicht mehr diskutieren. Da geht es ja nicht mehr um Argumente. Aber alles, was da vorliegt, da müssen wir eigentlich darauf setzen, die anderen auch für etwas gewinnen zu können durch transparente Überlegungen, die man anführt, die die nachvollziehen können. So, dann bleibt uns noch etwas Zeit für Publikumsfragen. Da sehe ich schon die erste Hand. Ich würde mich erstmal nochmal bedanken, dass wir wirklich sehr spannende Einblicke und dass das Hybrid jetzt so gut funktioniert, ist auch sehr erfreulich. Ja, was mir jetzt, wenn ich zurückdenke, 1972, Club of Rome, da wusste man schon alles. Und jetzt ist einfach alles noch viel schlimmer geworden. Da muss man sich ja fragen, was haben denn alle diese Bewegungen, alle diese Initiativen, alle diese Studien, alle diese Tausenden von Büchern genützt. Und ich denke, der Grund ist relativ einfach. Wir haben nämlich das Grundproblem nicht angepackt. Und das Grundproblem ist einfach das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das heute noch nicht einmal erwähnt wurde. Was mich höchst erstaunt, nicht einmal in diesen zwei Stunden ist der Begriff Kapitalismus gefallen. Der Kapitalismus herrscht nach wie vor, beruht nach wie vor seit mindestens 500 Jahren auf der gnadenlosen Ausbeutung von Mensch und Natur zu Profitzwecken einer kleinen Minderheit. Und das ist offensichtlich so tief in unseren Köpfen drin, dass wir über alles Mögliche diskutieren. BGE, Fridays for Future, alles, aber nicht über diese Grundfrage. Und ich bin überzeugt, dass wir nur dann vorwärts kommen, wenn wir diese Grundfrage des Systems anpacken. Es kann ja nicht sein, dass das schon so tief in unseren Köpfen sitzt, dass wir einfach nicht mehr daran denken, dass es außerhalb des Kapitalismus noch etwas anderes geben könnte. Der Kapitalismus beherrscht uns etwa seit einem Tausendsten der Menschheitsgeschichte. Das ist sehr, sehr eine kurze Zeit. Nur noch ganz kurz. Nur schon der Begriff Armutsbekämpfung oder Umverteilung geht ja schon davon aus, dass es diese Ungerechtigkeit gibt, die akzeptiert man dann offensichtlich und tut dann im Nachhinein eine Umverteilung vornehmen, statt dafür zu sorgen, dass es diese Ungleichheiten gar nicht schon von Anfang an gibt. Ja, ich hatte mich wegen einem ähnlichen Punkt gemeldet. Ich will es aber nicht, obwohl ich zustimmen könnte auf den Kapitalismus und die letzten paar hundert Jahre beziehen, sondern auf die letzten paar Jahrzehnte. Ich habe 1972 im Rahmen eines Arbeitskreises in der Konrad-Adenauer-Stiftung, da war ich noch an einer anderen Stelle im politischen Spektrum, Markus Schächter gehörte dazu, der spätere ZDF-Intendant, diesen Meadows-Bericht diskutiert. Und wir fanden das wichtig und wir fanden es notwendig, dass auch die CDU, damals unsere Partei und die CDU-geführte Bundesregierung darauf reagiert. Passiert ist tatsächlich 50 Jahre so gut wie nichts. Nichts Grundlegendes. Natürlich hat Fritz recht, wenn er sagt, es hat sich hier was getan und da was getan. Klar. Aber das Problem hat sich verschlimmert und man hat es nicht zumindest teilweise lösen können. Wenn wir die letzten 25 Jahre angucken, dann ist die reale Erfahrung, dass es vollkommen egal ist für Deutschland, wer regiert. Wir haben alle regiert, außer die Linke, aber alle anderen haben regiert und es gab immer exakt dieselbe Politik. Und damit haben doch die Rechten ein reales Argument, was sie sonst noch für einen Quatsch erzählen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können eintreten für, was wir wollen. Wir können fordern, was wir wollen. Die machen doch, was sie wollen. Und die Argumentation, die uns neulich ein Heizungstechniker, wir sind gerade dabei, die Wärmepumpe zu kaufen, die individuelle, was uns da so ein Heizungstechniker sagte, ich bin dafür, dass das endlich mal jemand drankommt, der noch nie was hat entscheiden dürfen. Das ist ein reales Argument, auf das wir keine Antwort haben, weil wir realpolitisch so erfolglos sind. Zunächst erstmal vielen Dank für die inspirierenden Einblicke und Keynotes und Einführungen. Ich habe eine Nachfrage an Michael Adler und zwar im Sinne, dass wir uns gemeinsam, wir stehen ja vor einem gemeinsamen Dilemma. Wie sind die Hegemonien, wie sind die Kräfteverhältnisse und die gesellschaftlichen Stimmungen und die machen es uns für alles nicht leicht. Also egal, ob es eine kleine Umverteilung ist oder die radikale Abschaffung des Kapitalismus. Also das ist beides gerade verdammt schwierig und hat viel Gegenwind. Sie hatten dann in der Runde gesagt, naja, also auch wenn die alle so perfide sind, wir dürfen das niemals sein, wir müssen ganz konstruktiv sein und so weiter. Sie sprechen mir da als Mensch aus dem Herzen. Ich liebe auch den Michelle-Obama-Spruch, when they go low, you should go high. Das ist wunderschön, das ist auch total schön und uns allen geht das Herz auf, wenn wir das hören. Jetzt haben Sie aber so viel zu Kommunikation und deren Wirkung geforscht. Deswegen frage ich mal als Advocatus Diaboli, nicht weil ich das mag, aber weil wir ja angesichts der vermaledeiten Situation immer auch die Wirkung mit im Blick nehmen sollen. All Ihre Forschungen zu Kommunikation und deren Wirkung brauchen wir nicht doch auch eine Art von Feindbildern, um in dieser Situation bestehen zu können, um die anzugehen oder hat in dieser Situation, als Sie gesagt haben, wir müssen ganz edel und rein sein, eher Ihr normatives Ich gesprochen, dem ich mich anschließen würde oder war das basiert durch Forschungsergebnisse? Da jetzt direkt angesprochen, antworte ich mal direkt. Ich bin kein Forscher. Ich arbeite quasi praktisch und viel auch in Kommunen, wo ich sage, das ist empirische Feldforschung sozusagen. Und ich sage immer so, Kommune ist der Ort, wo Politik auf Wirklichkeit trifft und dann musst du auch damit umgehen. Und wir kriegen jetzt, also das normative Ich hätte es schon gern freundlich und ich habe auch ein positives Menschenbild, das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Aber es ist immer wieder jetzt die Frage, wir wollen hier klimaneutral bis 2035 werden, machen Sie mal eine Kampagne für die schwierigen Zielgruppen. Und dann werden immer die migrantischen Zielgruppen genannt, die prekären Zielgruppen, teilweise auch die konservativ selten eigentlich so. Die gibt es natürlich auch nicht so formiert. Die rechtsextremen Zielgruppen, das müsste man jetzt ja vielleicht auch in bestimmten Landstrichen auch nochmal genauer untersuchen. Zuletzt war ich in Freiburg, in Breisgau, da ist es nicht so relevant. Aber ich bleibe trotzdem, das Narrativ ist auch dort relevant. Dass die Migration ein großes Problem ist, dass wir zuerst, also dass wir so Stöckchen uns hinhalten lassen, der Destruktion, dass das GEG grundfalsch war und von Anfang an handwerkliche Fehler und sonst was hatte. Natürlich hatte das Fehler. Aber wir sind explorativ auch da wieder auf einen neuen Weg gegangen. Es ist ja was passiert. Ich würde auch dem Kollegen von da hinten widersprechen, dass wir immer die gleiche Politik hatten. Wir hatten immer im Kern SPD und CDU an der Regierung. Also immer letzten Endes großkoalitionäre Politik. Und immer dann, wenn die Grünen mal mit dabei waren, hat sich ein bisschen was verändert. Ich bin nicht grünes Mitglied, aber dann hatten wir eine NF, eine EEG. Dann hatten wir jetzt wieder die Versuche, was zu bewegen. Es ist halt dann immer 14,8 Prozent grün jetzt. Es ist ein bisschen wenig, um die ganze Koalition in Bewegung zu setzen. Und wir haben es in unserem Checks-and-Balance-System eben nicht so leicht, grundlegende politische Veränderungen hinzukriegen, wobei das in den USA oder UK ja auch nach hinten losgeht. Zurück auf die Frage, auch auf die Frage Kapitalismus abschaffen. Ich bin ja, ich sehe ja auch all die globalen negativen Auswirkungen des globalisierten Kapitalismus. Aber ich frage mich dann immer, wie sollen wir es denn ändern und was ist die Alternative? Und die Alternative zu formulieren, das ist mein Credo. Also nicht einen niederträchtigen Rechten, einen niederträchtigen Rechten zu nennen. Das halte ich für richtig und wichtig. Und ich habe auch schon immer gesagt, nenn einen Faschisten bitte einen Faschisten und nicht in Teilen rechtsextrem, was Habe Kerkeling gerade gesagt hat. Was ist das denn in Teilen rechtsextrem? Das hat sich der Promoter der AfD ausgedacht. Nein, man muss schon die Demokratiefeinde beim Namen nennen und sie auch so benennen. Und das ist, glaube ich, das Neue in der Debatte, dass wir da wirklich hart und rigoros sein müssen. Und es wäre mir lieb und recht, wenn wir auf der Seite der demokratischen Parteien mal einen Konsens hinkriegen würden, dass sich substanziell Dinge verändern müssen. Ob wir das innerhalb des bestehenden Systems hinkriegen und das nur modifizieren müssen, so wie es Matsakuto will oder Kate Raworth will oder andere Forscherinnen, die an erweiterten kapitalistischen oder sozialen wirtschaftlichen Marktmodellen gedacht haben. Das lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass wir es in der Zeit, die wir noch haben, schaffen, das System komplett umzustürzen, ein neues, besseres System zu etablieren und dann zu Erfolgen zu kommen. Ich fürchte, dass wir mit dem System, wie wir es haben, in modifizierter Form zu den Zielen des Club of Rome kommen müssen. Und daran sollten wir arbeiten. Und da will ich dann aber immer konstruktiv und nicht naiv, aber konstruktiv, positiv und lächelnd bleiben und mich nicht auf den Hass der anderen einlassen. Also ich weiß nicht, ob Kapitalismuskritik später noch kommt. Wir sind jetzt natürlich das Kommunikations- und Psychologie-Pandle und vielleicht bei diesen Systemfragen per Definition überfragt. Ich möchte aber was sagen vielleicht zu den Lebensrealitäten und Botschaften und Feindbildern. Braucht es Feindbilder? Ich weiß es nicht, aber es gibt pragmatische Zugänge, die auch damit spielen. Es gibt zum Beispiel diese Klima-Union, also diese Klimabübung innerhalb der CDU. Ja, sowas gibt es. Und ich habe einen der Aktivisten kennengelernt bei der Konferenz und der hat erzählt, wie die das machen. Die fahren halt dann in diese östlichen Bundesländer, sind dort auf clevere Städte-Tour und verraten ihre Machergeheimnisse. Sie reden da über Klima, ohne über Klima zu reden. Es geht dann meistens um ja Windparks und welche Chancen sich da auftun, welche Möglichkeiten. Und dass man die ergreifen sollte, bevor die reichen Münchner Ärzte kommen und das statt ihnen machen und wieder quasi den Osten abzocken. Ja, das war Heinrich Stolzenreuther. Das ist das und der andere ist ein Landrat, den ich vergessen habe. Aber ja, es wird auch mit Feindbildern gearbeitet und je nach Situation kann das vielleicht effektiv sein, aber es wäre jetzt auch nicht mein erster Zugang. Sehr gut, Herr Liebermann, wir haben Sie nicht vergessen. Ja, ich nehme das ja mal gerade mit den Feindbildern auf. Ich habe das ja vorhin auch schon angedeutet. Also jemand, der an den Grundfesten der Demokratie rüttelt, den kann man genau daraufhin auch befragen. Aber es reicht ja nicht, ihn als Feind abzukanzeln, sondern man muss doch sichtbar machen, welche Folgen eine bestimmte Opposition hat. Und da muss man fragen. Also darunter leiden viele Talkshows in meinen Augen auch, die ja die Möglichkeit hätten nachzufragen, dass die Leute dann auf etwas festgenagelt werden, ohne selbst zum Reden gedrängt zu werden, um zu sehen, wohin führt die Position eigentlich. Man lässt es dann im Allgemeinen. Und Feindbild hat auch das Problem, dass Sie jemanden eben aus der Diskussion rauskatapultieren. Und denken Sie doch mal an die Pandemie, Pandemie der Ungeimpften und welche Schlagwörter es alle gab, wie schnell man zum Feindbild wurde, wenn man nicht davon überzeugt war, dass ein bestimmter Weg der richtige ist. Also das birgt auch eine Gefahr. Da würde ich eher dafür plädieren, wenn man da jemanden den Eindruck hat, die Position untergräbt eigentlich das Fundament, auf dem wir gemeinsam stehen, dann sollte das auch sichtbar werden. Und dann müsste man denjenigen damit konfrontieren, er solle doch mal ausbuchstabieren, was er da meint mit Volk und Volksherrschaft und so weiter, was ihm da genau vorschwebt. Und dann wird man das doch sehen. Das ist ja bei der AfD häufig auch nicht gemacht worden. Und dann kann die ihre allgemeinen Phrasen absondern. Und das ist erst mal, führt nicht weiter in Richtung Aufklärung. Ich will den Punkt, den ich glaube, es war Herr Rätz von der Stimme her zumindest, meine ich, erkannt zu haben, der das gesagt hat, es habe sich nichts geändert, egal welche Regierung oder welche Regierungskoalition es gab. Die Veränderungen können aber auch nicht nur über Regierungen herbeigeführt werden, wenn nämlich die Bürger sie nicht wollen. Und wenn wir die Sozialpolitik als Beispiel nehmen, das ist ja das Feld mit dem Grundeinkommen für mich jetzt am nächsten, dann ist doch die Erfahrung aus vielen Diskussionsveranstaltungen nicht die, dass da die Bürger auf der einen Seite stehen, das sind herausragende Grundeinkommensbefürworter in der Mehrheit. Und dann gibt es die Delegierten und Parlamentarier und Amtsträger, die seien grundsätzlich dagegen, sondern dass sie mit Bürgern dieselben Debatten haben wie mit Vertretern aus den Parlamenten. Und es unterscheidet sich in Nullkomman nichts. Ich glaube, Herr Brudermann hat darauf hingewiesen, die kognitive Dissonanz zwischen wozu bin ich bereit und was traue ich dem anderen zu, die treffen sie doch auf allen Ebenen an. Dass dem anderen abgesprochen wird, gemeinwohlorientiert zu sein, aber ich bin der große Gemeinwohlheld. Das ist doch ein Problem, das wir überall treffen. Das löst sich nicht durch eine andere Regierung oder durch eine Partei, die noch nicht an der Regierung war, sondern sie muss natürlich ja die Unterstützung haben, von den Bürgern so etwas auch machen zu können. Sonst verläuft das im Nichts. Und das macht es ja auf der einen Seite schwieriger, weil wir kein klares Gegenüber haben. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, aber ist nicht die Grundeinkommensdebatte gerade ein Beispiel dafür, wie man mit anfangs relativ wenigen Personen erstaunlich viel Resonanz erhalten kann, sodass wir heute auf einem, ich meine, hat nur 20 Jahre gedauert, vielleicht auch ein bisschen lang, aber wir können doch heute sagen, wenn Journalisten selbst in der Debatte über das Bürgergeld deutlich machen, was ein Grundeinkommen vom Bürgergeld unterscheidet, dann ist zumindest in Sachen Aufklärung viel erreicht. Wenn aber die Bürger das immer noch nicht wollen, dann wird es nicht eingeführt. Und wir haben ja gerade eher so eine Rückwärtsbewegung. Nach zaghaften Bemühungen von der alten Grundsicherung wegzukommen in Deutschland. Aber wirklich sehr zaghafte. Und man merkt, dass hier, es hat sehr viel damit zu tun, welche Gerechtigkeitsvorstellungen herrschen vor. Und im Grunde müsste man sich doch immer fragen, ist diese Art von Sozialpolitik, und jetzt können wir das ja ausdehnen auf die Diskussion um den Klimawandel, ist das die Politik, die dazu beiträgt, dass wir als Gemeinschaft auf lange Sicht auch überleben können. Und ist sie angemessen den Grundlagen, auf denen wir leben? Im Falle des Grundeinkommens zum Beispiel der Würde der Person. Solche Fragen zu diskutieren, dahin zu kommen, das ist mühselig. Aber das sind politische Debatten ja in der Regel immer, weil wir es nicht damit zu tun haben, dass es nur darum geht, gute Argumente einzusehen. Das wäre beinahe schon ein schönes Schlusswort, aber ich würde doch noch eine Frage von dem jungen Herrn da hinten rechts zulassen. Wir können noch genug in den Pausen diskutieren. Also wir haben ja gerade gehört, dass Menschen eine gewisse Veränderungs-Aversion haben. Und auf der anderen Seite, dass wir eben gemeinsam diese Desirable Futures imaginieren sollen, die ja Veränderungen dann implizieren. Und meine Frage an die Runde wäre jetzt, wie wir diesen Dissens angehen können, also mit welchen Strategien wir Menschen mit Veränderungs-Aversion dazu bringen können, an der Imaginierung dieser Desirable Futures eben auch teilzuhaben und mitzuwirken. Ja, ist mir ganz leicht. Vorzeigen, Vorleben, Beispiele zeigen, Bilder zeichnen. Das wäre die kurze Antwort, aber das geht wahrscheinlich auch noch länger. Ja, also wir können uns ja nicht vorstellen, wie jetzt das ganz große Rad, wie unser Wirtschaftssystem außerhalb des Kapitalismus funktioniert. Das ist die ganz große Vorstellungsherausforderung. Wir können uns aber auch nicht vorstellen, dass wir leben können ohne den Parkplatz vor unserer Haustür. Also das ist die ganz kleine Herausforderung der Veränderung. Und ich glaube, wir müssen in diese Vorstellungskraft investieren. Also wir sind ja, in Deutschland hatten wir uns ja Visionen verboten. Also wir sollen uns dann auf die Couch legen, wenn wir Visionen haben. Ich glaube, wir brauchen die und müssen sie materialisieren. Also wir müssen Bilder erzeugen, wie ein besseres Leben unter anderen Rahmenbedingungen aussehen kann. Und bei den schwierigen Gruppen, die erstmal Veränderungsablehnerinnen sind, gilt immer die Peer-to-Peer-Kommunikation. Also ich sage immer das Prinzip Impfbus. Also in Köln-Chorweiler ist halt der Impfbus dann in das Viertel reingefahren und hat das Angebot an den Ort des Geschehens gebracht und hat nicht gewartet, dass die Leute kommen. Teilweise gab es Sprachbarrieren, teilweise gab es kulturelle Barrieren und man hat die dann versucht zu überwinden. Und man hat sie auch versucht zu überwinden mit Leuten aus dem Viertel. Also Leute reagieren immer auf ihresgleichen und nicht gerne auf die Stadt, den Staat, irgendein Wissenschaftler oder die Wissenschaft hat gesagt, interessiert keine Sau. Aber mein Bruder oder mein Freund hat gesagt, dass das gut für mich ist. Das ist der Trigger für vieles. Und das würde ich auch immer wieder bei schwierigen Zielgruppen. Und dann vielleicht, also zusammenfassend, Allianzen schmieden und Gelegenheitsfenster wahrnehmen. Weil gewisse Dinge funktionieren eben nur in kurzen Fenstern. Und das haben wir gesehen, Deutschland, Nuklearausstieg wäre heute undenkbar. Aber damals nach Fukushima, da ging es für kurze Zeit. Und das hat die Angela Merkel damals umgesetzt. Diese Möglichkeiten, Fenster nutzen. Das ist spannend. Vielleicht auch noch einen kurzen Schlusswort, Herr Liebermann. Ja, was Herr Adler jetzt gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig. Also man muss die Diskussion suchen auch. Nicht warten, bis sie zu einem kommt. Man muss sie auch versuchen zu initiieren, wo sie bislang ausgeblieben ist. Und es braucht aber auch einen langen Atem dazu. Man darf nicht die Erwartung haben, wir gehen jetzt mal dahin, wir reden mit denen und dann ist das in Ordnung. Sondern das braucht manchmal einen viel längeren Atem, bis sich etwas bewegt. Und diese Geduld. Aber die Geduld ist ja auch Ausdruck von Wertschätzung. Und ich habe jetzt kürzlich mit einem Umweltwissenschaftler aus St. Gallen zu tun gehabt, der ein Projekt vorgestellt hat, wie dort über Nachhaltigkeit diskutiert wird in Gemeinden, also auf lokaler Ebene. Und das war genau, was Herr Adler jetzt sagte. Man bezieht die Bürger nicht nur so pro forma ein, damit die auch mal was gesagt haben, sondern man fragt auch, wie sie sich das vorstellen können, wie es besser sein könnte und welche Ideen sie haben. Und arbeitet über eine längere Strecke miteinander zusammen, nicht einfach durch eine Bürgerbefragung. Das ist einfach zu wenig. Und das, glaube ich, unterschätzt man häufig. Es ist die Art und Weise, wie über Entscheidungen gesprochen wird, was ja auch immer beinhaltet, wie über die Bürger gesprochen wird. Und es ist die Frage, wie gelangt man zu diesen Entscheidungen. Und da kann viel mehr auf lokaler, kommunaler Ebene gemacht werden. Aber das muss dann auch ernsthaft aufgenommen werden auf Landes- und Bundesebene. Sonst führt das nicht weiter. Und dann fühlen sich die Leute wieder an der Nase herumgeführt. Und zu Recht dann auch. Also der Herr Retz hat da vorhin darauf hingewiesen, man könnte ja gewisse Erfolge der AfD auch so verstehen, dass die eine Reaktion auf etwas sind, diffus, mal abgesehen von denjenigen, die sich ideologisch da verorten, auf eine diffuse Reaktion auf das Gefühl, irgendwie nichts bewirken zu können. Und das muss man erst mal ernst nehmen, woher das rühren kann. Und es gab ja diese ganzen Bastard-Diskussionen Anfang der Jahrtausendwende. Es gibt keine Alternative, wir können nur das machen. Das hinterlässt ja auch Spuren. Inwiefern werden eigentlich die Sorgen und Bedürfnisse der Bürger ernst genommen oder links liegen gelassen? Und das war auch in der Pandemie wieder zu erkennen. Also da wiederholen sich auch bestimmte Muster des Umgangs miteinander. Ja, vielen Dank für das Schlusswort. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wenn wir wissen, was nötig ist, aber nicht handeln. Und wir haben nicht nur mögliche Gründe dafür gefunden. Nein, es ging ja schon einen Schritt weiter. Wir haben ja gemeinsam ein bisschen an der Vision gearbeitet, am Frame. Also das ist ein spannender Ansatz. Wirkt nach wie vor abgesprochen. Und ja, das zweifle ich jetzt mal an. Aber auch sehr spannende Fragen aus dem Publikum. An der Stelle würde ich mich herzlich bedanken nochmal bei den Panelisten. Vielen Dank für die spannende Diskussion.